Wien, die Hauptstadt Österreichs mit 1,7 Millionen Einwohnern, ist vielfältig wie kaum eine andere Großstadt. Es gibt viel zu entdecken. Von den Prachtbauten des Barock über den goldenen Jugendstil bis zur aktuelle Architektur. Erleben Sie Wien, die Stadt, die zum dritten Mal in Folge zur Metropole mit der höchsten Lebensqualität weltweit ausgezeichnet wurde. Die Parkring-Residenzen Dieses möblierte Luxus-Apartment auf 155 Quadratmetern ist in ein renommiertes Fünf-Stern-Hotel eingebunden und befindet sich im Herzen Wiens an der beeindruckenden Prachtstraße im Ring. Auf Wunsch kann der Service des Hotels in Anspruch genommen werden. Ob Reinigung, Wellness-Oase oder Room-Service, es werden alle Wünsche erfüllt. Beginnen wir die Führung durch das Apartment Coburg mit dem stilvoll eingerichteten Wohnsalon samt Essbereich. Edelste Materialien wie Seidentapeten und Designermöbel mit Liebe zum Detail laden ein zum Wohlfühlen und Entspannen. Erholsamen Schlaf finden Sie in den beiden gemütlichen Schlafräumen, die beide über ein eigenes Badezimmer mit Wannenbad und BD verfügen. Die hervorragend ausgestattete Küche kompletiert diesen Wohntraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017